Heute möchte ich euch meinen Ballständer vorstellen. Den habe ich erfunden, weil ich nämlich zwei Jungs habe und wie ihr seht, viele Bälle. Bleibt nicht aus, Bälle kann man nie genug haben, aber wohin? Also habe ich das hier entwickelt und es ist ganz super. Man wirft da oben den Ball ein. Das geht ganz einfach, die Jungs haben da eigentlich auch immer Spaß dran. Und kann die dann unten wieder rausholen. Geht auch super gut. Und schon ist das Zimmer aufgeräumt. Und da mein Mann Schreinermeister ist, haben wir das zusammen entwickelt. Und ihr könnt es bei uns kaufen.